Herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Studrus, ich bin Produktspezialist im Bereich Reanimation und heute zeige ich euch, wie einfach das bei der X-Serie Pace geht. Als erstes drücken wir hier unten die Schrittmacher-Funktion, dann kommen wir ins Menü. Das Gerät startet gerade mit den voringestellten Werten. Wir müssen beim Patienten lediglich ein zusätzliches EKG kleben und Pads aufkleben. Sobald wir das gemacht haben, können wir hier die Werte mit der Pfeilung einstellen. Die Frequenz, die wir möchten und bei Ausgang den Strom, den wir wählen. Wenn das passt, drücken wir auf Start. Ab jetzt ist der Schrittmacher aktiv. Wenn wir den Strom jetzt hochschalten möchten, dann gehen wir hier mit der Pfeiltasche nach oben auf Ausgang und dann können wir mit dem Wert hochfahren oder runterfahren. Wir müssen den Strom nicht bestätigen, sobald wir den Wert hochsetzen, wird auch den Stromwert übernommen. Und danach können wir den Schrittmacher so laufen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schaut unsere Videos auf der Homepage an oder rufen euch an. Wir sind gerne für euch da. Einen ja unten. Kㅃen bis dato uma Wir müssen betrGE Vielen Dank.